Schönen guten Abend meine Lieben, mein Name ist Roni und herzlich willkommen hier zu einem erneuten kurzen Ankündigungsvideo von mir für euch. Wir sind morgen den 23.07.2019 live hier auf YouTube um 17 Uhr. Sofort notieren auf dem Handy, die Wecker stellen 17 Uhr live mit GTA 5 online. Das DLC ist soweit. Diamant Casino und Resort. Kommt euch das bekannt vor, das DLC? Morgen um 17 Uhr. Kurze wichtige Info. Ich bitte euch meinen anderen Account bzw. meinen anderen PSR Name zu adden. Ich werde mit einem anderen Account die Crew Sitzung starten. Beziehungsweise addet den Account Roni LRLPD. Also meine Lieben, nicht auf Roni TV diesen Account, sondern meinen zweiten Account auf PS4. Bitte adden, wenn ihr mitmachen wollt. Roni RLPD. Gut merkt meine Lieben. Ich werde auf den Account sein und uns dann alles kaufen. Wir werden alles testen. Wir werden uns alles kaufen. Wir werden einfach Hype, 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 Hype. Mal schauen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich jeder, der dabei ist. Auch wenn ihr nur eine Stunde dabei seid. Ich freue mich über jeden, der auch im Chat dabei ist. Und nicht einfach, nö, ich kann nicht mitmachen. Nö, nö, bin ich nicht dabei. Ich freue mich über jeden und wirklich jeder ist morgen und auch immer schon willkommen gewesen. Ich freue mich einfach wirklich über jeden, 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 der morgen vorbeikommt. Und wie gesagt, einfach den Account Roni LLPD, RLPD adden. So, die nächste Sache ist, ähm, genau. Die nächste Sache handelt sich um etwas anderes. Und zwar, man kann jetzt VIP werden für nur 1 Euro. Das ist aber ganz unter uns. Von diesen 1 Euro, die man VIP macht, kriege ich vielleicht 30 Cent, wenn nicht überhaupt. Vielleicht nur 20 Cent. Aber es gibt ja eine neue YouTube-Funktion. Das wollte ich nochmal jetzt hier im Video sagen, weil viele Idioten unter euch sollen sich nur die angesprochen werden, die es gesagt haben, haben gesagt, dass, ähm, ja, Roni, wieso hast du damals schon nicht den Preis runtergemacht? Ja, wie, wie schon gerade gesagt. Also zum einen konnte ich diesen Preis nicht runtermachen. Damals war es von YouTube 5 Euro VIP, also 499 VIP werden. Konnte ich diesen Preis nicht ändern. Das war so und ja, das konnte ich halt nicht ändern. Jetzt ist es aber so, dass man es in der YouTube-Funktion gibt und wir YouTuber einstellen können, wie viel das kosten soll. Und 1 Euro plus, ihr könnt mit PASIF zahlen. Ihr könnt wirklich mit alles zahlen. Und das nur 1 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Plus ihr habt im Chat, also die Vorteile, ihr habt im Chat, äh, wie seid VIP. Zum anderen, ähm, im Chat könnt ihr, ähm, kriegt keine Werbung mehr. Und auch in den Videos nicht mehr. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil, keine Werbung mehr zu bekommen. Plus geile Logos. Und das für 1 Euro, nicht für 5 Euro, für 1 Euro. Ja, das war's zu den ganzen Nachrichten. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis morgen um 17 Uhr. Merken, 17 Uhr. Wer kommt? Ehrenmann, Ehrenleute, Ehrenfrau, alle, die morgen kommen um 17 Uhr. Und ich freue mich auch über jeden, der morgen dabei ist. Bis morgen. Haut rein und tschüss. Bis morgen um 17 Uhr.